Nachdem die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst vorerst gescheitert sind, rollen Warnstreiks an. Morgen wollen angestellte Lehrer in mehreren Bundesländern die Arbeit niederlegen. Bereits heute traten Mitarbeiter des Universitätsklinikums Essen in den Ausstand. Verdi fordert unter anderem 5,5 Prozent, mindestens aber 175 Euro mehr. Knackpunkt der Tarifverhandlungen ist aber die Altersvorsorge.